Die dritte Kerze brennt Hallo liebe Kinder, willkommen zum Adventskalender. Es klopft nicht an der Tür, es klopft am Fenster. Unser Gast will durch das Fenster hineinkommen. Draußen ist es eben zu kalt. An das Fenster macht es Pick, Pick. Will rein auf einen Augenblick, Blick. Dick fällt Schnee, der Wind bläst kalt, kalt. Ich find kein Korn, er friere bald, bald. Liebe Leute, lasst mich ein, möchte gerne bei euch sein. Komm herein in deiner Not, wir geben dir von unserem Brot. Fröhlich blieb er wochen da, da. Doch als die Sonne durchs Fenster sah, sah. Da saß er so traurig da. Sie machte nach. Husch war er fort. Das war's für heute. Tschüss, bis morgen.